Ich kann es nicht mehr ausdenken. Jetzt soll ich mal Udrede verbündet werden. Die mögen mich sogar. Achso, weil ich mit ihnen im Krieg bin wahrscheinlich. Ja, da kommt es immer noch mit. Ah, sehr gut. Keine Koalition mehr gegen mich. Das gab es nicht. Weil die Frage ist, wenn ich jetzt katholisch wäre, wäre ich dann auf Seiten? Was ist denn das jetzt? Achso, jetzt nicht, ich habe schon wieder keine Verbündeten mehr. Ich esse es gibt es einfach nicht. Was ist denn ein verficktes Problem? Was? R4 ist dabei, R4 ist dabei. Kroatien wieder nicht. Geil. Das ist doch schon wieder kacke wie im Arm. Was mache ich da jetzt? Ich brauche einen anderen Verbündeten. Kroatien taugt offensichtlich gar nichts. So, erstmal die schwäbischen Truppen hier schlagen. So, dann habe ich hier einen Haufen Truppen stehen. Ich muss mich aber nach Dänemark bringen. Ist schon schwierig sage ich mal. Wieso wieder alles scheiße ist. Wieso wieder alles scheiße ist. Wenn man die Verbündeten irgendwann mal die Truppen hochbringen, wird auch wieder schwierig. Kroatien ist erneut eine überhaupt keine Hilfe. Ich glaube, ich kann mich nicht mehr mit den Truppen nehmen. was aufschweigen könnte ja geil schon kommen ist ein hersteller bin juckt denn das Oh Gott, wenigstens habe ich das gewonnen. Ich brauche nur mehr Verbünde, aber dringend. Die alten sind alles scheiß. Die wollen keinen weisen Frieden, solange wir unten eiern. Ich hasse meine Verbündeten, weißt du, von mir wollen sie nie helfen, aber sie sind angepisst, wenn ich ihnen die Hilfe weigere. Disziplin plus 5, ja geil, die kann ich jetzt gut gebrauchen. Super, jetzt erobern die alles viel so schnell da weg. Was? Ach komm schon. Ja geil, was holen die denn? Ich lasse mich euch erst mal Geld geben. Ah ja. Ich wohne jetzt immer mal was anderes. Ich wohne bitte was. Geil. Ja geil, was soll ich denn jetzt machen? Geil. Geil. Ja jetzt in die Unabhängigkeit. Was ist denn 3 jetzt drauf? Super, fick dich doch. Ja, von wegen das Spiel ist durch, ist ein Scheiß durch. Da kann man Verbündeten ständig alles aufkürtigen. Ja, ich kann mich jetzt nicht auch noch mit denen anlegen. Nehmt doch Geld ihr Wichser. Wieso wollt ihr nichts anderes? Geil. Wieso wollt ihr nichts anderes? Geil. Genau das. Und alles andere legen sie ab. Ja geil, muss ich annehmen. Ja geil. Jetzt ist mein Reich wieder getrennt. Ach, fick dich doch, du dummes Dreckspiel, weißt du? Wieso machen meine Verbündeten jetzt ständig? Weißt du, mir helfen sie nie, aber ach, fick dich doch einfach nur. Super, weil ich... Im Prinzip kann ich es auch jetzt wegwerfen, komm. Wieso... Sind denn die so viel schneller als ich? Wieso doch sonst nicht? Sind die an Wetter? Sind der Scheiß, da liegt der Scheiß. Ja geil, und das verliere ich auch noch. Ja, helft mir bloß dich, ihr ganzen dummen Wichser. Kosten die 4.000... Was soll ich denn damit? Wie lange dauert das? 28. Mai. Das dauert auch nicht. Ich will sie jetzt passen. Und ich verliere eine Belage nach der anderen, weil ich kann nicht... Weil die KI immer wieder überall besser ihre Truppen stehen hat. Denn ich nun immer aufteilen muss. Diese beschissene Drecks-KI. Ach, fick dich doch. Ach, fick dich doch. Ja, ich verliere alle Belagerungen. Sag's doch einfach, wie es ist. Weil ich nichts machen kann. Nichts. Weil ich entweder belagern gehen kann. Oder halt versuchen irgendwas. Ja, ich weiß, ich bin am verlieren. Sag's doch, wie es ist. Ja, Cottbus. Geil. Danke, meine Verbündeten. Ja, die besetzen jetzt alles, während ich nichts besetzen kann. Geil. So, können wir diesen Krieg ja mal beenden? Nein, können wir auch nicht beenden. Fick dich doch einfach mal. Ja, toll. Da verliere ich noch mehr Tropfen, weil ich... Sobald ich die Auseinander ziehe, um irgendwas zu erobern, passiert halt der Scheiß. Dass sie mit ihren 2 Milliarden Stacks zusammenfassen. Ach, komm schon. Ja, gut. Ich muss Böhm auch noch geben, was es will. Was willst du denn? Angebot vorschlagen. Abschicken. Fertig. So. Neu starten. So. Ja, geil. Danke. Ach, komm ey. Habe ich keine Lust mehr. Fick dich doch. Ja, geil. Und den Krieg verliere ich auch noch. Wieso sind wir noch mehr? Wieso sind wir noch mehr? Wo kommen denn die jetzt noch hier? Oh, komm schon. Ja, hier. Andere Vorschläge absenden. Ach, Alter. Ja, geil, Alter. Mein altes Reich habe ich jetzt eben verloren. Und ich kann nichts dagegen tun. Ein verdammt. Ja, Söldner. Komm, ich brauche sie alle. Kann man die irgendwie schneller? Nein, kann man nicht schneller. Irgendwie... Ja, geil. Ich weiß nicht mal, wo meine Arminen noch kämpfen und wo sie jetzt einfach nur rumeiern. Ah, da verlieren sie zum Beispiel schon wieder jetzt. Lösen sich gleich mal ne Stacks auf, ne? Ja, natürlich lösen sie sich jetzt auf. Sammelt euch. Nö, wir würden noch mal sammeln, hier scheiß Nutzlosen. Penner. Ja, geil. Ach, komm schon. Wieso hilft mir denn die... Wie lange erfüllt ihr aus? Hilft mir das denn nichts? Nichts hilft mir das. Weil die haben einfach viel mit Truppen. Ich habe einfach viel mehr von allem. Wo man weiß, wie viel größer ist, haben die mehr Truppen. Und ich habe mal wieder keine Verbündeten, weil meine Verbündeten halt alle scheiße sind. Geil. Und da lösen sich meine Stacks langsam auf. Ja, fick dich doch. Kann ich die jetzt einfach so hier... Wenn ich das jetzt da baue, dann... Nein. Ich brauche schon mehr von euch. Viel mehr. Ich brauche euch alle. So kann ich die nicht alle einfach in der Provinz rufen. So geht das nicht. Aber wenn meine Emo zerlegt werden. Weil ich gar nicht die Truppen habe und mich die gesamte Welt jetzt angreift. Ja, danke. Ja, ich weiß. Es wird alles besetzt. Ach komm. Ach, fick dich doch. Fick dich einfach nur. Die Verbündeten haben ja alle... Ja toll. Kannst du auch vergessen. Tief. Ne geil. Das war's wichtig. Machen wir das einfach mal. Fick dich einfach nur. Fick dich einfach nur. Ne. Ne. Wo war jetzt das Schirm? Einen Moment, ich füge die andere nur an. Habe ich bei dem Wetter ja auch keinen Bock drauf, komm komm Blatt, wenig schneller. Nehm ich noch auf, ja nehm ich, gut. Füge doch einfach nur dummes Dreckschmier rein. Ich brauche einen anderen Verbündeten, meine Kroatien ist doch nutzlos. Oh komm. So, dafür machen wir Backup-Sales. Fick dich aber nur. Jetzt werde ich von der Scheiß-Kaine verarschen. Nehm. 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 Nicht einmal helfen sollen, weißt du? Ich hab ja ausdenken. Gut. Fangen wir an. Willkommen zu EU4. Ja. Sonst haben wir hier eine Koalition, fliegt euch alle hin. Bedenken kann mich mal. Gibt keinen Zugang mehr. Warum bessere Verbünde in Utrecht? Vielleicht in Großbritannien will ich nicht, oder? In Deutschland? Nicht? Wir sind in Brems Rivalen. Alles so Länder, gegen die ich nichts meinen kann. Hmm. Utrecht. Bist mal Verbündeter sein, hab ich gehört. Vielleicht bist du nützlicher als der Abenteuer? Und die andere abschauen. Wo haben wir noch? Nein. Oh, wir ziehen dich mal raus heraus in Ravensburg. Oder unten Ravensburg. Hier ist von Bayern. Fickte hier. Fickte hier. Jetzt haben wir mit 9 verbündeten mehr Glück. Vielleicht helfen die mir mal. Und dann haben wir die ... 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 Ich bin ja nur Kriege gegeneinander, bevor wir einladen. Ist das eigentlich nicht verbündigt gewesen? Seid ihr es nicht mehr, weil... Ich bin ja nicht mehr. Oh, komm schon. Wirklich. Ich habe überhaupt kein Glück. Ach, wiegt er auch noch ein paar. Ja, ich glaube, wir wollen schon ein bisschen mehr. da hast du verbündet aber die bringt halt gar nichts weiter spiel wieder rein spiel 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 spiel